20 abonnenten endlich habe ich es erreicht jetzt seht ihr ein kleines special von mir für meine 20 abonnenten vielen dank an euch ich streichel einfach durch deine brust durch ich hatte ein hp das führt sich an den kakt auf dem knie gleich mal kurz da ich möchte ein kleid machen machen ich beobachte dich mit einem kläden nun richtig gut gebläht noch nicht fertig wo ist er denn und ich ganz weh aus der reingung weg Lass uns unter der Brücke treffen aber ich bin okay okay ich komme unter die Brücke ah ah Arzt Harry ist es zu achten noch nicht wie ein Otto ich mache ein kleines bitte bleibt auch er hat richtig es ist der der Sport aus den 0 m ich glaube ich muss gleich auf die graust meinem oder geh weg, ich mach mich nicht ich komm nur hier, ich hätte aber weg geh weg jetzt ich pick jetzt auch einer, komm her komm her, komm her, komm her, komm her wer kommt ich hab verloren findest mich nicht ich bin mit meinem freund Gustav die kiste hier oh er hat mich gefunden loskopfklade loskopfklade ach komm, warum hast du mal 2 ich hab die nein, ich hatte nicht lol ach scheiße wie sniper rauskopf gegeben ich wusste das egal ob ich sterbe hauptsache philip stirbt ja scheiße du bist unentschieden geil geiles unentschieden aber zwischen wem zwischen wem ist das denn denn unentschieden unentschieden ich bin aber eigentlich sehr entschieden ich bin ich bin wehrlos du bist höchstens wehrungslos alter meine mutter ist wehrungslos john hast du überhaupt das aufgehoben was ich hatte nein meine ar ja ich weiß dass die grau war hm du weißt was ich mein ähm ich meine goldene ne nicht raketen nein ich hab den grenade launcher nicht aufgehoben ach komm dann ach komm dann ne einer will auch nicht editen oder was machst du da ich weiß es nicht klappen kann oh 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 wenn du ihn jetzt aufhils musst du behalten ich hab ihn noch gekillt ich hab ihn noch gekillt ich hab ihn noch gekillt du bist auch hergeblieben aber nicht im spiel im schule im schule das sagt schon alles im schule alter der gegner liegt bei dem gegner ich bin ein inderfinder nein dieser titel Schienlinger ja pfff fuck off matey 8 matey 8 was ein save lol ich war das in der erfinder in der erfinder nein ich wollte ihn stehlen komplett am flame ich bin da oben alles voll gespammt hab mein mate hat mich so an den ball gekickt ne lol was für eine parade ich bin jetzt der gruppenerste ich bin jetzt die 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 wir sind die 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 seine ich habe dich ich habe dich pariert guck benny ich hab dich pariert ich habe nicht den ball gehalten ich habe den ben gehalten so leute das war es mit meinem 20 abonnenten special ich hoffe es hat euch gefallen bitte schreibt mir in die kommentare ob es euch gefallen hat ich wiederhole mich es ist auch schon spät bis dann